Herzlich Willkommen bei Kaffee mit Coach, heute mit Goran Biedow. Hallo, wie magst du deinen Kaffee? Ich habe ihn noch nicht probiert, aber jetzt sehen wir es. Es ist ziemlich gut, ich mag den italienischen Kaffee, es ist ziemlich gut, ich mag ihn. Liebst du Michael Jordan oder Kobe Bryant? Michael Jordan. Wer war ein besserer Spieler, Sascha Djordjevic oder Svetislav Pesic? Ich bin nicht bereit, zu sagen. Ich habe gehört, dass die Kroatien und Serbien immer nicht so lieben. Ist das immer ein Problem zwischen euch? Nein, wir lieben uns nicht, aber wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen zusammenarbeiten. Was können wir tun? Life ist schwer, wir müssen etwas unterstützen und das ist es. Wer ist dein Lieblingsspieler auf dem Team? Ich bin nicht bereit, zu sagen. Aber wenn ich sage es, dann habe ich einen Favoriten. Ich sage es nicht, aber etwas anderes. Ich liebe alle, ich liebe alle. Ich denke, wir haben eine gute Team, gute Leute, gute Manns. Es ist Spaß, es ist sehr, sehr gut zu arbeiten mit ihnen. Was war dein Lieblingsspieler Moment in deinem Leben? Es gibt viele Sachen. Wir wollen wissen einen, nur einen. Nein, vielleicht... Ich weiß noch nicht, vielleicht... Wenn mein Vater ist. Ich war da mit meinem Freund und der Doktor mit meinem Mäupte. Und sie hat ihn rausgelegt, und es war so blöde. Es war so blöde, er war nicht blöde, er war nicht grün. Und ich sagte, er ist tot, er ist tot. Und die Doktor sagte, nein, 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 Moment eine Minute. Vielleicht ist das so-and-so. Was ist die einzige Sache, die du in deinem Leben regrettest? Eine Frage. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es einige Dinge, die ich besser gemacht habe, aber ich habe die Zone und ich bin selbstverständlich. Hast du Tattoos? Nein, noch nicht. Was würdest du als Tattoo, wenn du einen gewonnen hast? Wenn wir den Championship gewinnen oder einen Titel gewinnen? Okay, ich habe einen gewonnen. Wenn wir den Championship gewinnen, dann habe ich einen gewonnen. Was habt ihr jetzt alle gehört? Ein Tattoos? Ich promise, ich habe ein Tattoos. Wir lieben das. Okay, wir werden sehen. Wir müssen den Championship gewinnen. Ich denke, das ist eine gute Frage für die letzte Frage. Will wir den Championship gewinnen? Ja, wir werden. Das ist mal eine Ansage hier, das gefällt mir. Danke schön.